Wir sind jung geworden im Jahr 2015, Ohuala Gürla. Ich will Ihnen das für alle meine Anerkennung. Wir haben sehr stark gefangen in diesem Jahr. Dritte Runde dieses Jahr bei der ukrainischen Meisterschaft. Und heute bei den Tormaster Russland Kudrynec. Und heute bei den Tormaster Russland Kudrynec. Und heute bei den Tormaster Russland Kudrynec. Die 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 Tormaster Russland Kudrynec. Musik 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 Und nach 3 Minuten führt Russland Kurde jetzt mit 2 zu 0. Ja, Russland Kurde jetzt, der liebe Zuschauer, war ja bislang in der 71 Kilogramm Klasse am Stand. Heute ist er aufgerückt ins Wettergewicht bis 75 Kilogramm und hat hier bislang auch eine starke Figur aus der Ukraine. Russland Kurde jetzt. Und ich darf noch wieder ein Tastemir von Tastemir Elektrotechnik herzlich begrüßen. Vielen Dank für die Unterstützung. Musik 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 Und Russland-Corinne zerhöhnt auf 3-2-1. So, dieser Kampfhabe neigt sich dem Ende zu. Liebe Zuschauer, für Sie nochmal die Info. Nächsten Samstag wieder in Nackenheim, 12.10.1930 gegen den R.V. Lübtheen. 12.10. Samstag 19.30 wieder in Nackenheim. Oroa Laguna hat hier zuerst mit den Beinen die Matte unterlassen. Den roten Bereich der Matte, deshalb gibt es einen Punkt für Russland-Corinne zu der Gegend mit 4-1 in Führung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt gibt es auch die erste Sanitätsermahnung gegen Gürla und die Chance für Russland-Corinne zu in der Bodenlage Punkte zu erzielen. Liebe Zuschauer, auf geht's, dein letztes Mal in November, alles geht. Das war es, dein letztes Mal in November, alles geht. Musik Das war Schlosser-Kollinger. Das war Schlosser-Kollinger, das war Schlosser-Kollinger, der Kreko-Spezialist aus der Ukraine bleibt ungeschlagen in dieser Saison.